Hallo aus Berlin, herzlich willkommen zur Highlights-Ausgabe von Euromax Leben und Kultur in Europa. Heute haben wir unter anderem dies hier für Sie. Schrill und bunt, das Design von Celetti auf dem Salone del Mobile. Hin und weg, das Lebensgefühl in der spanischen Hauptstadt Madrid. Und kugelrund und legendär, das Auto mit dem Kultstatus der VW Käfer mit 80. Der Salone del Mobile Milano ist die größte und wichtigste Design- und Möbelmesse der Welt. In diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei ist der italienische Designer Stefano Celetti. Seine Firma ist bekannt für ihre kreativen, verrückten und manchmal auch provokanten Entwürfe. Auch auf der Mailänder Messe fallen die Möbel und Wohnaccessoires der Marke Celetti sofort auf. Wir haben festgestellt, bunt und fröhlich könnte der neue Weg sein in der zuletzt eher minimalistisch orientierten Einrichtungsbranche. Poppig, schrill und bunt darf es sein. Verspieltes Design auf dem Salone del Mobile. Möbel und Accessoires wie Skulpturen, aber mit praktischem Nutzen. Viel Andrang am Stand des italienischen Herstellers Celetti. Einer der lautesten unter den Pop-Designern stellt zum ersten Mal hier aus. Die Leute suchen originelle Dinge, etwas, was es niemals vorher gab. Das ist eine große Herausforderung. Deswegen geben wir auch bekannten Objekten einen neuen Look. Objekte wie Lampen. Sie werden bei Celetti zur Banana Lamp oder zur Monkey Lamp, ein aktueller Bestseller. Ganz neu, die Lazy Chairs. Das belgische Designstudio Job hat sie für Celetti entworfen. Hier haben wir eine Cannabis-Grafik, eine spezielle Optik. Dieses provozierende Muster auf dem typischen Oper-Sessel, den wir alle kennen, schafft einen witzigen Kontrast. Das ist unser Versuch, diesen Klassiker mal ganz anders zu gestalten. Im Unternehmenssitz von Celetti bei Parma. Stefano Celetti hat die 1964 von seinem Vater gegründete Haushaltswarenfirma in einen frechen Designhersteller gewandelt. Provokation und Ironie sind seine Markenzeichen. Das zeigt sich unter anderem in den Tierlampen und Fastfood-Möbeln. Ich finde, die Zeiten sind vorbei, als man sich Möbel oder Accessoires fürs ganze Leben anschaffte. Man muss seine Einrichtung variieren, je nach Gemütslage und Lebensphase. Für seine Designobjekte nutzt Celetti auch Bilder aus der Kunstzeitschrift Toilet Paper. Herausgegeben wird sie von den italienischen Künstlern Maurizio Catellan und Pier Paolo Ferrari. Das Ergebnis der Zusammenarbeit wird erstmals auf dem Salone del Mobile präsentiert. Die künstlerische Idee der Grafiken bleibt exklusiv. Aber jetzt kann man sie sich leisten. Zusammen mit Toilet Paper haben wir diese Hürde zur Kunst überwunden. Auf der Möbelmesse in Mailand steht Stefan Mozzelletti mit diesem Credo nicht allein. Immer mehr Kunden suchen nach originellen Stücken, wie der Stehlampe Kong oder dem Rabbit Chair der Marke Kibu. Nicht spießig, sondern poppig ist das Motto. Die Welt ist übervoll mit Objekten. Deshalb suchen wir immer mehr nach Dingen mit einer starken Identität. Und das Design bewegt sich stärker in Richtung Kunst. Aus Aluminium sind die Entwürfe der Firma Alt Reforme eigentlich ein Karosseriehersteller, zum Beispiel für Ferrari und Rolls-Royce. Der Lollipop ist eine Vase. Der Schminktisch heißt Bette Davis-Eis. Auch Kunden mit eher traditionellem Geschmack können ihre Einrichtung mit unseren Objekten zu etwas Besonderem machen. Unsere Designs sind Hingucker, ironisch und poppisch. Die Design-Partys aber steigen außerhalb der Messe. In den Straßen und Geschäften von Mailand, wie auch hier im Silletti-Showroom. Blickfang ist diese Neuheit. Die gekrümmte Lampe Cora für draußen und drinnen. Die Masse haben wir von der berühmten Stehleuchte Arco von Castiglioni kopiert. Der Designer der Lampe schaut vorbei, der Belgier Joop Smitz. Ein Spaßvogel, der gern mit seinen Entwürfen herumalbert. Zum Beispiel mit der goldenen Klobürste und dem Rollenhalter. Art, Kids, Design, Fun, Non-Modernism. Nein, Modernism, Non-Modernism vielleicht. Rococo, Rococo. Auch Maurizio Cattelan ist da, weltweit erfolgreicher Künstler, Ideenlieferant und Freund von Stefano Silletti. Die Design Week, für sie eine Gelegenheit, neue Ideen zu entwickeln. Frank Kunert ist Fotograf und Modellbauer. In seinem Atelier in Bobbad bei Koblenz bastelt er wochenlang an den Modellen von Straßen, Wohnungen oder Häusern im Kleinformat, um sie anschließend zu fotografieren. Seine Welten wirken täuschend echt und auf den ersten Blick auch ganz normal. Erst beim wiederholten Hinschauen offenbart sich die Ironie oder auch die gesellschaftskritische Tiefe, die sich hinter den Arrangements verbirgt. Die Fotos sind immer wieder in Magazinen und in Ausstellungen weltweit zu sehen. Lifestyle heißt Frank Kunerts aktueller Bildbond. Fertig zum Abtauchen. Eine Bibliothek mit Lesesessel, allerdings unter Wasser. Der Künstler nennt es Taucherparadies. Foto und Motiv sind von Frank Kunert. Das ist im Grunde so die Idee, dass man abtauchen kann in eine andere Welt. Also auch ein bisschen weg von den Problemen. Es ist einfach so eine Oase der Ruhe. Dieses Modell hier diente als Vorlage für das Foto Kletterurlaub. Eine Anspielung auf geschönte Urlaubsversprechen in Reisemagazinen. Man schafft Illusionen im Studio und die dann eigentlich so wirken, als sei es echt. Und das finde ich immer wieder spannend. Und es ist ja auch dann ein Spiel mit der Wirklichkeit. Frank Kunerts kleine Welten in Bildern festgehalten. Mal komisch, mal makaber. Oft grotesk und skurril. Dieses Bild nennt er Fahrt ins Blaue, Ausgang offen. Im Bild abwärts kritisiert er Problemverdränger, die den Abgrund nicht sehen wollen. Ich möchte so die ganze Palette zeigen des Lebens von der Tragödie bis zur Komödie, dass eigentlich alles zusammengehört. Bevor er zum Fotoapparat greift, baut er Modelle seiner Motive im Atelier. Ob Bett, Waschbecken oder Topf, jedes kleinste Detail ist wichtig. Viele Miniaturartikel findet er online. Außerdem verwendet er für den Modellbau Knete, Spezialwerkzeug, Leichtschaumplatten und Farbe. Für besondere Anlässe kommen auch Spritzen zum Einsatz. Eine Flasche Rotwein soll den Einzug in dieses Apartment erleichtern. Wahrscheinlich steht sogar in der Immobilienanzeige so voll möbliertes Ein-Zimmer-Apartment. Und wenn der Interessent dann ankommt, dann erlebt er sein blaues Wunder. Inspiration holt sich Frank Kunert in der realen Welt. Er lebt im westdeutschen Woppert am Rhein. Unterwegs interessiert ihn weniger das Schöne, vielmehr alles, an dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. 1963 in Frankfurt am Main geboren, absolviert er nach dem Abitur eine Ausbildung zum Fotografen. Nach ersten Stationen als Werbefotograf beginnt er Mitte der 1990er Jahre mit seinen kleinen Welten, wie er sie nennt. Die Ideen kommen eigentlich durch den Alltag. Und das mischt sich dann mit Eindrücken, die ich irgendwo sammle, wie zum Beispiel jetzt auch zur Vergänglichkeit, die man so in den Spuren von Häusern sieht. Also, dass da schon Leben stattgefunden hat und das versuche ich dann eben in meine Bilder zu bringen. Schnelllebigkeit, Alltag und die Menschen mit ihren Sorgen und Träumen sind seine Themen. Diese Autobahnbrücke hat ihn zu seinem Foto unter der Brücke inspiriert. Nach der ersten Idee skizzierte er, wie das Modell aussehen könnte. Also, wir sind hier an meiner Lieblingsautobahnbrücke und hier komme ich öfter mal lang. Und mir kam die Idee, dass ja in ganz Deutschland Wohnraummangel, gerade in den Ballungszentren gibt. Wie wäre es, wenn man in den Brückenpfeiler in der Mitte ein kleines Häuschen baut? Das ist sozusagen ein Tiny House, was ja im Moment so voll im Trend ist und dann wäre doch so einiges an Problemen gelöst. Zurück im Atelier arbeitet der 54-Jährige an seiner Lösung für den Wohnraummangel. Zwischen zwei Wochen und drei Monaten investiert Frank Kunert in seine detaillierten Modelle. Alle im Maßstab 1 zu 20. Also manchmal frage ich mich auch, warum mache ich mir so viel Arbeit. Man könnte das ja heute viel einfacher haben mit Photoshop. Aber ich glaube, es ist der Weg. Es ist der Weg auch, die Dinge in die Hand zu nehmen, ihnen Leben zu geben. Ist das Mutzi fertig, wird es fotografiert. Analog, mit einer rund 30 Jahre alten Großformatkamera. So entstehen Fotografien mit herausragender Qualität. Auf Bildbearbeitung verzichtet er. Das Ergebnis veröffentlicht Frank Kunert in Bildbänden. Sein aktuelles Buch Lifestyle ist nach Wunderland und Verkehrte Welt das dritte Werk des Künstlers. Es ist wie eine Bühne, die dann durch den Betrachter mit seiner Fantasie bespielt werden kann. Und das finde ich reizvoller, als wenn jetzt noch irgendwie zusätzliche Personen drin wären. Obwohl in seinen Bildern niemals Menschen auftauchen, beim Betrachten spürt man ihre Präsenz deutlich. Frank Kunerts kleine Geschichten bieten viel Raum zum Nachdenken. Weiter geht es in der realen Welt, genauer in der spanischen Hauptstadt. Madrid liegt in der Mitte des Landes, kann also nicht mit tollen Stränden punkten. Trotzdem hat es sich immer mehr zu einem Hotspot für Touristen entwickelt. Das liegt sicher an dem großen kulturellen Angebot, aber bestimmt auch daran, dass es dort noch Hotelzimmer zu erschwinglichen Preisen gibt. Und falls Sie nicht übernachten, sondern nur einen Tag Zeit haben, um die drei Millionen Einwohner Metropole zu erkunden, zeigen wir Ihnen jetzt, was Sie unbedingt gesehen haben sollten. Madrid, Spaniens prächtige Hauptstadt. Geografischer und kultureller Mittelpunkt des Landes. Bei einer Fahrt über den Hauptboulevard, die Gran Vía, bekommt man einen ersten Eindruck. Das Herz der Stadt schlägt mitten im Zentrum, auf der Plaza Mayor. Madrids berühmtester Platz ist ein beliebter Treffpunkt. Marcela de la Peña ist in Madrid geboren und aufgewachsen. Die PR-Managerin betreibt einen Blog mit Tipps für einen Besuch in ihrer Heimatstadt. Wenn man nur einen Tag für Madrid hat, gehört Kultur dazu und man muss in eines der drei wichtigsten Museen gehen. Den Prado, das Reina Sofia oder das Thyssen. Und dann sollte man auch einen Shopping-Trip einplanen. Denn neben den großen spanischen Firmen, die jeder kennt, gibt es im Salamanca-Viertel auch viele kleine Geschäfte mit einheimischen Marken. Und dann würde ich als drittes zum Mercado de San Miguel gehen. Besagter Mercado de San Miguel liegt nur wenige Schritte von der Plaza Mayor entfernt. Die eiserne Markthalle wurde 1916 eröffnet. Hierher kommt man nicht für den täglichen Einkauf, sondern eher zum Flanieren und um spanische Spezialitäten zu genießen. Der Markt ist schon ein sehr touristischer Ort und zu jeder Tageszeit ist es hier ziemlich voll. Die alte Markthalle wurde renoviert. Und jetzt gibt es hier alles, was die spanische Küche ausmacht. Besonders diesen Iberico-Schinken. Marcela de la Peñas nächster Tipp ist ein Bummel durch das Einkaufsviertel Salamanca. Madrids elegantester Stadtteil ist geprägt von engen Straßen, die von Bäumen gesäumt sind. Hier gibt es viele kleine Geschäfte, die noch das Besondere bieten. In ihrem Blog verrät die Madrilenen auch, wo man hier echte Designerstücke aus Spanien findet. Madrid ist ein Shopping-Paradies. Und diese Gegend in Salamanca ist ein Muss. Typisch sind Boutiquen wie diese. Hier werden zum Beispiel modische Ledertaschen verkauft, die auch wirklich aus spanischem Leder gemacht sind. Auf die Tourliste gehört auch ein Abstecher in eines der großen Museen. Den Prado. Die Sammlung Thyssen-Borne-Missa. Oder das Museo Reina Sofia. Letzteres wurde 1992 eröffnet und besitzt eine große Kollektion moderner und zeitgenössischer Kunst. Darunter ein Meisterwerk des 20. Jahrhunderts von Pablo Picasso. Sein Gemälde Guernica zeigt den Lufthangriff auf die gleichnamige Stadt von 1937. Wir haben hier eine großartige Sammlung spanischer Künstler wie Dalí oder Miro, Juan Gris, Maria Blanchard und natürlich Picasso. In vielen Werken geht es um künstlerische Fragestellungen, aber auch um politische und gesellschaftliche. Die Sammlung ist insofern historisch, als sie unsere jüngere Vergangenheit zeigt, aber sie weist auch in die Gegenwart. Ein Höhepunkt für Sportfans ist der Besuch im Santiago Bernabéu Stadion, Heimat der Fußballer von Real Madrid. Die Erfolgsgeschichte des Vereins wird im Museum des Stadions gezeigt. Darunter auch die Trophäen der zwölf Siege in der Champions League. Am Ende einer langen Besichtigungstour führt der Weg am besten wieder zurück ins Zentrum und dort in die Straße Cababaja mit ihren vielen Tapas-Bars. Die Spanier genießen die typischen Häppchen als kleinen Snack zwischen zwei Mahlzeiten oder als Begleitung zu einem Drink. Heutzutage ist das Wort Tapas in aller Munde. Aber nur wenige kennen seinen Ursprung. Es stammt aus der Zeit, als man Getränke mit einer Art Abdeckung servierte. Dazu gab es ein bisschen Käse. Wer heute Tapas bestellt, bekommt eine Auswahl wie diese. Käse, Chorizo-Wurst und kleine Brotstangen. Auch wenn Madrid eine echte Großstadt ist, das Leben fließt hier doch etwas langsamer und entspannter dahin. Und davon lassen sich Besucher gerne anstecken. Auf der ganzen Welt hat der VW Käfer in den Erinnerungen vieler Menschen einen festen Platz. Er lief und lief und lief und wurde so zum mobilen Begleiter in allen Lebenslagen. Der Käfer von Volkswagen war Transportmittel, Alltagshelfer, Familienmitglied und nicht zuletzt Kultobjekt. Vor 80 Jahren begann die Produktion, vor 15 Jahren lief der letzte Käfer vom Band. Zum Jubiläum ist dieses Buch hier erschienen. Der Käfer-Autobiografien heißt es und richtet den Fokus vor allem auf die Menschen, die den Käfer gefahren sind. Familienmitglied, Alltagshilfe, Fortbewegungsmittel. Der VW Käfer ist bis heute in den Erinnerungen vieler Menschen präsent. Das zeigen diese Bilder. Gesammelt hat sie der Berliner Fotograf Jörg Lehmann. Er hat eine enge Beziehung zu dem Auto, das ihn wie kein anderes fasziniert. Es ist anders als alles andere und es steht nicht für Luxus, es steht für, vielleicht für Einfachheit. Ein einfaches Fahrzeug, das die Bundesrepublik in den Nachkriegsjahren mobil machte und den Menschen Freiheit ermöglichte. Es war auch das erste Auto, mit dem Jörg Lehmann jemals fuhr. Die ersten Erinnerungen, wenn man es im Buch sehen kann, die Fotos von meiner Mutter, wie sie mich da in den Armen trägt, als wir aus dem Krankenhaus kamen, da war ich gerade geboren. Also da hat mein Vater uns fotografiert. Und damit hat diese Sammlung eigentlich angefangen. Der Käfer war schon immer Teil seines Alltags, wie auch ein Käferfahrtenbuch zeigt, das seine Mutter lange führte. Wo sie dokumentiert hat, was sie mit diesem Auto erlebt hat, mit meinem Vater, wo wir hingefahren sind. Auf Flohmärkten und bei Versteigerungen sammelte Jörg Lehmann mehr als 2000 Käferfotos. Die schönsten wurden jetzt in einem Buch veröffentlicht, begleitet von Kommentartexten der Journalistin Katja Volkmar. Es zeigt Bilder aus Urlaub und Alltag gleichermaßen. Der Käfer gehörte bei einigen quasi zur Familie. Deshalb war er auch Teil vieler Hochzeits- oder Geburtstagsfotos. Es zeigen sich sehr viele Leute vor ihrem Auto, wenn sie heiraten, wenn sie im Urlaub sind, mit ihrem Auto. Und man sieht auch, dass sie ihren Wagen wirklich mögen. Ein günstiges und zuverlässiges Auto fürs Volk sollte Ferdinand Porsche im Auftrag der Nationalsozialisten bauen. 1938 wurde das erste Serienmodell präsentiert. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Serienproduktion in Wolfsburg. 21 Millionen Käfer weltweit wurden bis zum Produktionsende 2003 hergestellt. Zuerst in Deutschland, später auch in Mexiko. Ein schlichtes Auto, das weltweit zum Erfolg wurde. Es war ja ein Stolz, also kurz nachdem alles in Asche war, so ein Auto auf den Markt zu bringen, das so einen Erfolg hatte. Ein deutsches Produkt, also das Land, was einige Jahre vorher andere Länder in Schutt und Asche gelegt hat, kommt auf einmal mit so einem Ding auf den Markt und dann alle sind begeistert. Trotz der 80-jährigen Geschichte, einige Käfer rollen auch heute noch über die Straßen. Jörg Lehmann plant demnächst eine Reise nach Neuseeland. Natürlich mit seinem Käfer. Einsam ist man mit so einem Auto nicht. Wenn ich jetzt nach Neuseeland fahren sollte, dann kann ich davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich jede Nacht irgendwo eingeladen werde mit so einem Auto. Also das ist ein, ich würde mal sagen, das 1A-Kommunikationsmittel überhaupt, so ein Auto. Der Käfer bringt die Menschen dazu, ihm Kosenamen wie Knutschkugel oder Kugelporsche zu geben. Und damit ist er viel mehr als nur eines der meistverkauften Autos weltweit. So und jetzt stellen wir Ihnen noch die russische Künstlerin Julia Brodskaya vor. Von Weitem sehen ihre Bilder aus wie gemalt. Aber statt Farbe verwendet sie buntes, gefaltetes Papier. Daraus lässt sie ihre ungewöhnlichen, dreidimensionalen Werke entstehen. Und wenn man sieht, wie genau sie das macht, ist es noch beeindruckender. Wir haben die Papierkünstlerin in ihrem Atelier in der Nähe von London besucht. Dieses Kunstwerk entfaltet seine Wirkung erst auf den zweiten Blick. Hunderte kleine Papierschnipsel fügen sich zu einem Gesamtbild zusammen. Erst die Kombination der Farben und Formen gibt dem Porträt seine Tiefe. Hinter dieser Papierkunst steckt Julia Brodskaya. Seit rund zehn Jahren faltet die 35-Jährige 3D-Bilder. Papier ist einfach großartig. Es ist flexibel, es ist beweglich und man kann so viele Dinge damit machen. Man kann es falten, man kann es schneiden. Ich liebe es, damit zu arbeiten. Die Idee, aus Papier dreidimensionale Kunstwerke zu schaffen, kam Julia Brodskaya bei einem Experiment mit ihrer Unterschrift. Danach wurden die Motive der Grafikdesignerin immer komplexer. Hier in ihrem Atelier in St. Albans, nördlich von London, arbeitet die gebürtige Russin. Dabei wendet sie die sogenannte Quilling-Technik an. Als Basis dienen Papierstreifen, die gefaltet, gerollt oder gebogen werden. Anschließend werden sie zusammengeklebt. Eine mühselige und detailreiche Angelegenheit. Die größte Herausforderung ist, dass diese Technik sehr viel Zeit erfordert. Es dauert manchmal Tage, wenn nicht sogar Wochen, um ein relativ kleines Werk fertigzustellen. Es liegt an den vielen Details, die es beinhaltet. Deshalb muss ich viel Geduld mitbringen. Julia Brodskaya ist inspiriert von der Pflanzenwelt. Jedes ihrer Kunstwerke beginnt mit einer Skizze. Dann fängt die Detailarbeit an. Sie schneidet das Papier mit einem Cuttermesser in Stücke. Dann formt sie daraus die einzelnen Elemente. Die Arbeiten stellt sie auf ihrem Instagram-Kanal online. Dort hat sie rund 30.000 Abonnenten. Auch die Werbeindustrie ist auf Julia Brodskaya aufmerksam geworden. So hat sie zum Beispiel für eine US-amerikanische Fluggesellschaft gearbeitet, für einen Parfumhersteller aus Japan und für eine britische Automarke. Selbst Briefmarken schmücken sich mit ihren Motiven. Und vor kurzem wurde in der Londoner Innenstadt eines ihrer Designs vergrößert reproduziert. Es dient nun als Schaufenster-Deko eines Bekleidungsgeschäfts. Ein erster Schritt in die nächste Richtung. Ich habe vor, künftig auch größere Werke herzustellen. Mein Format ist bisher eher kompakt und es hätte eine stärkere Wirkung, wenn es größer wäre. Das will ich unbedingt als nächstes ausprobieren. Mit anderen Werkstoffen will sie gar nicht erst experimentieren. Julia Brodskaya hat ihr Lieblingsmaterial bereits gefunden. Mit Papier kann sie sich einfach am besten entfalten. Ja, und wir ziehen uns dafür zurück, denn unsere Zeit ist leider schon wieder rum für heute. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin finden Sie uns auch online auf unserer Internetseite und natürlich auch auf Social Media. Tschüss, bis bald. Und bis bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020